Herzlich willkommen, liebes Brautpaar. Mein Name ist Nico und ich bin Hochzeitsvideograf aus der Hansestadt Greifswald. Ich möchte euch heute sechs gute Gründe nennen, warum ein Hochzeitsvideo für euch wichtig ist. Sofern ihr dieses Video seht, seid ihr beide schon auf dem richtigen Wege, denn die erste Hürde, einen Hochzeitsvideografen zu finden, habt ihr gerade bereits gemeistert. Viele Hochzeitspaare, erfahrungsgemäß, entscheiden sich erst kurz vor der Hochzeit, einen Hochzeitsvideografen zu buchen, weil sie ja meistens noch ein wenig Budget am Ende übrig haben. Ich persönlich finde es sehr schade, daher bringe ich euch jetzt gerade die Vorteile eines Hochzeitsvideos näher. Fangen wir mit dem Punkt 1 einfach mal an. Ihr könnt eure Hochzeit noch einmal erleben, aber was genau mache ich damit? Am Tag eurer Hochzeit passieren so viele schöne Dinge, die kann man alle gar nicht richtig wahrnehmen vor Glück und Euphorie. Und da kommt auch euer Video ins Spiel hin, denn dieses Video hält alles das fest, was am Tag eurer Hochzeit stattfindet. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass ihr einen Hochzeitsvideografen bei euch habt. Dann kommen wir auch schon zu Punkt 2. Dies würde hier eine Frage an euch sein. Habt ihr eure Hochzeit schon mal in 1000 Bildern gesehen? Ich gehe davon aus, einen Hochzeitsvideografen wollt ihr buchen oder habt ihr schon bereits gebucht. Ich finde das auch eine gute Idee und eine gute Entscheidung, denn ein schönes Fotoshooting ist auch eine wertvolle Erinnerung. Bewegte Bilder jedoch, unterlegt mit Sprachvoices, zeigen einfach andere Momente von eurer Hochzeit. Sie halten Emotionen mit Mimiken und Gestiken fest, die ihr so gar nicht an jedem Tag mitbekommt. Ihr werdet die Atmosphäre also nur mal fühlen könnt, denn ein professioneller Videograf bringt die Atmosphäre in eurem Film hinein. Ganz nach eurem Geschmack. So, dann kommen wir auch schon zu Punkt 3. Ein Hochzeitsfilm ist eine tolle und wertvolle Erinnerung. Nicht nur für euch, sondern auch für eure Familie, Freunde und Bekannte. Ich habe viele Braupaare, die nach ihrer Hochzeit mit ihrer Familie und ihren Freunden an einem lauen Sommerabend zu sich nach Hause einladen und ihr Hochzeitsvideo zusammen anschauen. Dann kommen wir auch schon zu Punkt 4. Ja, lasst eure Lieblinge an eurer Traumhochzeit nochmal teilhaben. Mit einem Hochzeitsfilm könnt ihr alle eure Lieblinge teilhaben lassen, die an dem Tag einfach nicht dabei sein konnten. Somit ist es eine wunderbare Möglichkeit und Alternative gerade in Zeiten von Corona. So, dann kommen wir auch schon zu Punkt 5. In eurem Hochzeitsfilm könnt ihr den Klang eurer Hochzeit hören. Habt ihr schon mal einen Blockblaster stumm geschaut? Wäre doch etwas komisch in bewegten Szenen zu sehen, ohne den passenden Dialog dazuzuhören, oder? In eurem Hochzeitsvideo werden die Regen eurer Trauzeugen oder Eltern und euer Ja-Wort mit verewigt. Und jetzt zum letzten Punkt, Punkt 6. Das besondere Erbstück. Ihr könnt euer Hochzeitsvideo immer und immer wieder anschauen. Stellt euch einfach vor, ihr schaut euch in 10 oder 20 Jahren euer Hochzeitsvideo an. Und das mit euren Enkeln und Urenkeln. Ja, und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, so lasst es mich gerne wissen. Lasst mir eine Nachricht zukommen. Ich bin jederzeit für euch erreichbar. Liebe Grüße, euer Nico. und duquis «Erinnel Module». Und duaphor best Und zufüli. Und durzy. Und du investigator. Und du verzustなん,誦 5. ausgl Out. Und du sagst, und du mit euren und so ein Kind. Und du bist nur anders. Untertitelung des ZDF, 2020